Herzlich Willkommen zu meinem Erklärvideo aus der Reihe Geschichte kurz und einfach erklärt. Heute geht es um das Kapitel die Griechen des Altertums beim Thema alte Kulturen. Wie immer findest du in der Videobeschreibung Hinweise, wo du den Text bzw. das Skriptum zum Video und Übungsmaterialien finden kannst. Da du das Video auch anhalten, neu starten oder zurückspulen kannst, wirst du ganz nach deinem eigenen Tempo die Inhalte sicher gut verstehen können. Die Griechen des Altertums Die Griechen des Altertums bezeichneten sich selbst als Hellenen. Die Kultur der Griechen, wie unter anderem die griechische Sprache, Wissenschaft, Literatur, Religion, Kunst und Lebensweise wurde als Hellenismus bezeichnet. In Griechenland entstanden in den unterschiedlichen Teilen des Landes anfänglich zahlreiche voneinander unabhängige Siedlungen. Die erste Hochkultur Europas entstand um ca. 2500 v. Chr. in Griechenland auf der Insel Kreta und wurde nach dem sagenhaften König Minos als minoische Kultur bezeichnet. Da das Festland sehr gebirgig ist, war es für die Griechen damals schwierig, über Land von einem Ort zum anderen zu gelangen. Da die einzelnen Orte von anderen griechischen Siedlungen aus schwer reichbar waren, entwickelten sie sich häufig recht unterschiedlich und unabhängig voneinander. Kein König oder keine Stadt konnte anfänglich die Vorherrschaft über ganz Griechenland erreichen. Es gab also keinen griechischen Gesamtstaat. Griechenland bestand im Altertum aus vielen Städten, die es vorerst nur schafften, ihr eigenes Stadtgebiet und dessen unmittelbares Umfeld zu beherrschen. Aus diesem Grund werden diese Städte auch als Stadtstaaten bzw. in der griechischen Sprache Polyes genannt. Bekannte griechische Polyes waren unter anderem Athen, Sparta und Korinth. Im Laufe der Zeit entwickelten sich aus mehreren einzelnen Polyes durch Kriege, Oberungen oder freiwillige Zusammenschlüsse Staaten wie Athen, Sparta und Makedonien. Da die griechische Bevölkerung immer mehr zunahm und es in Griechenland schwer war, zusätzliche Siedlungs- und Ackerland zu finden, beschlossen viele Menschen auszuwandern. Die aus ihrer Mutterstadt ausgewanderten Griechen gründeten Siedlungen, sogenannte Tochterstädte, rund um das Mittelmeer, wie zum Beispiel in Kleinasien, der heutigen Türkei, und in Süditalien. Derartige Siedlungen blieben mit der Mutterstadt in Verbindung und wurden auch als Kolonien bezeichnet. Die Griechen glaubten an mehrere Götter, wie zum Beispiel Zeus, Hera, Athene und Aphrodite, die nicht nur in den zahlreichen Tempeln verehrt wurden. Die Menschen beteten so auch in ihren Häusern bei eigenen kleinen Hausaltern zu ihren Göttern. Der Olymp ist nicht nur das höchste Gebirge Griechenlands, sondern für die Griechen der Antike auch der Wohnort der Götter. Aus diesem Grund wurden die Götter auch olympische Götter genannt. Als Zeichen der gemeinsamen Verehrung ihrer Götter wurden in Griechenland im 8. Jahrhundert, im Jahre 776 v. Christus, auch sportliche Veranstaltungen für die ersten olympischen Spiele durchgeführt. Den Griechen waren ihre Gemeinsame im Hinblick auf ihren Zusammenhalt so wichtig, dass es ihnen während dieser Zeit verboten war, gegeneinander Krieg zu führen. Es entstanden unter den Griechen ein Gefühl der Gemeinsamkeit und der Zugehörigkeit. Darüber hinaus wurden als wesentlicher Teil der griechischen Kultur unter anderem auch Theaterstücke und Gesänge in den Theatern der Städte aufgeführt. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Im nächsten Video geht es dann um das Thema die Perserkriege und die Demokratie im Athen des Altertums. Untertitelung des ZDF für funk, 2017